Gute Laune und gute Stimmung hier! Musik Es war sehr viel Spaß und, ja, es gibt gute Laune und gute Stimmung hier. Es ist eine mega geile Party, es gehört zum Turmfest einfach dazu. Das ist super, eine tolle Atmosphäre, alle machen mit, tolle Stimmung, also mir gefällt es ganz toll hier. Untertitelung des ZDF, 2020